Stimme hat Macht, sagt man. Die Stimme verrät sehr viel über Sie als Sprecherin, als Sprecher. Was aber genau sind die Hauptattribute Ihrer Stimme? In vielen meiner Coachings, Seminaren, in vielen Vorträgen geht es um die Frage, wie überzeuge ich andere mit Stimme, mit Sprache, mit Körpersprache? Vier Kernattribute sind es, die Ihre Stimme ununterbrochen aussendet und auf andere wirken lässt. Wie dominant wirken Sie? Wie stark kommen Sie zu Wort? Machen Sie mit Ihrer Stimme die anderen auf sich aufmerksam? Wie viel Zeitdruck ist in Ihrer Stimme hörbar? Ist Anspannung in Ihrer Stimme hörbar? Nervosität spielt hier eine Rolle. Sprechen Sie Ihre Zuhörer persönlich an, als Individuen? Oder lassen Sie diese neutrale Stimme hören, die den anderen signalisiert, dass Sie als Person für Sie weniger interessant sind, sondern eher in einer Rolle, in einer Funktion? Heute ist es das vierte Attribut, über das ich mit Ihnen sprechen will. Das Empathie-Attribut. Was genau ist damit gemeint? Nun, vielleicht kennen auch Sie Menschen, die so eine Stimme haben, wenn ich ein bisschen übertreibe, ja, also die so sprechen und Sie dann das Gefühl haben, oh, das ist ein Mensch, mit dem will man vielleicht nicht wirklich gerne privat ganz viel zu tun haben. Klingt arrogant vielleicht oder eitel. Die Stimme verrät in ganz hohem Ausmaß, inwieweit Sie oder auch die Menschen, mit denen Sie kommunizieren, innerlich bereit sind, sich selbst einmal in Frage zu stellen, sich Handlungen zu hinterfragen, die eigene Gefühlswelt auch selbst wahrzunehmen, sich selbst empathisch wahrzunehmen. Selbstempathie ist der Begriff, der dafür in die Welt gesetzt wurde. Inwieweit Sie persönlich bereit sind, sich selbst empathisch wahrzunehmen, das widerspiegelt Ihre Stimme und lässt es hören. Und das ist ein wunderbarer Indikator für Ihre Zuhörer, für Ihre Gesprächspartner, inwieweit Sie auch bereit sind, die anderen empathisch wahrzunehmen. Was können Sie jetzt tun, um die Empathie, die klangliche Empathie in Ihrer Stimme zu stärken oder zu erleben? Ja, der Eigenton der menschlichen Stimme ist es, der dann am Schluss herauskommt. Und das einfachste Tool ist aktiv zuhören. Also das M, dieser Summton, ist der kleine Ton, der Ihnen selbst durchaus erleben lässt, wie gut Sie sich spüren. Denn wenn Sie in sich hinein summen, und dabei darauf achten, welche Vibrationen Sie wahrnehmen, und wo konkret Sie diese Vibrationen am stärksten spüren, spüren Sie die Vibration, speziell hier an der Nasenwurzel, spüren Sie die Vibration vielleicht im Hinterkopf, spüren Sie die Vibration mehr in der Brust oder vielleicht noch tiefer, in der Bauchregion. Dann haben Sie, Empathie ist eine Frage des Erlebens, des Spürens, Ihren Körpersinn aktiviert, um Ihre Stimme körperlich wahrzunehmen. Und das ist der erste Schritt zur gesteigerten Wahrnehmung der stimmlichen Selbstempathie. Stimme hat Macht. Stimme verrät ihre allerinnersten Regungen. Voice sells.